Sphärenentfaltung. Die endlose Lehre. Diesen berühmten Satz von Jujutsu Kaisen sagt René Dorn-Claude. Hi, ich bin's, euer Satoru Gojo. Was geht? Mein Name ist Erwin Smith. Seid ihr bereit, eure Herzen für die Menschheit zu opfern? Ja, halt Moment, das bin ich doch gar nicht. Ich bin doch Jean Kirstein. Erwin Smith ist er hier. Hallo Leute!